Wir sind Thomas, Lee, Lukas, Karin, Lutz, E-Mail, Hendrik und Luciana. Und gemeinsam möchten wir euch unser Projekt Share That You Care vorstellen. In Zeiten der Corona-Krise wird deutlich, wie sehr wir im Alltag vom Einsatz unserer Mitmenschen in sozialen und systemkritischen Berufen abhängig sind. Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger und viele andere Berufsgruppen sind unsere Social Heroes und für die Aufrechterhaltung unserer Gesellschaft unentbehrlich. Leider bekommen diese Berufsgruppen häufig keine angemessene Anerkennung, Vergütung oder Unterstützung. Das liegt nicht an fehlender Bereitschaft zur Unterstützung, sondern daran, dass es keine geeignete digitale Plattform gibt. Hier greift Share That You Care mit der Unterstützung von Voltestix an. Share That You Care, kurz SICK, ist eine App, mit der wir die Sichtbarkeit unserer Social Heroes erhöhen und Transparenz für ihre alltäglichen Herausforderungen schaffen. Bei uns können sie ihre Tätigkeiten, Gedanken oder Unterstützungsgesuche mittels eines Profils sichtbar machen. Über diese Profile können Unterstützer Social Heroes aus ihrer Umgebung finden und online besser kennenlernen. Mit Emojis, öffentlichen Kommentaren oder in Form eines Trinkgelds können sie ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen und so emotional, finanziell oder mit persönlicher Hilfe unterstützen. Mit SICK schaffen wir es, unser Füreinander und Miteinander zu stärken und positive Vibes dorthin zu senden, wo sie benötigt werden. Zu Zeiten des Social Distancing bringen wir die Leute emotional näher zusammen und entlasten an kritischen Stellen. Schaut unbedingt auf unserem DevPost vorbei. Dort stellen wir euch die Krankenpflegerin Anna vor, die dank Share That You Care endlich die Unterstützung bekommen könnte, die sie braucht. Mit eurem Support werden wir unseren Social Heroes so helfen, wie sie es verdienen. Dankeschön! 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 Dankeschön!